Freunde, willkommen zu einem erneuten Video auf dem Abu Dschulo, Abu Dschimbaui, Abu Dschimbaui Channel. Aus ungewohnter Umgebung, aus der Main Base sozusagen, gibt es heute ein Video für euch. Malik und ich waren ein bisschen kreativ, wir haben uns quasi was Neues überlegt. Wir dachten uns, ey guck mal, seitdem wir in der Türkei sind, haben wir auch dementsprechend die türkischen Preise. Das habe ich entdeckt, muss man auch sagen. Genau, und das bezieht sich quasi auf alles, sei es auf Spotify, Netflix oder was weiß ich was. Dankeschön, geht raus an die türkische Republik an der Stelle. Wir haben da halt dann auch festgestellt, die Twitch Subs in der Türkei sind auch günstiger für uns. Also eine 20er Bomb sozusagen im Fach Gajon, wie man sie in Twitch Kreisen nennt, kostet ja normalerweise 80 Euro, gemalig in Deutschland. Bei uns kostet aber 1 Sub 10 Lira, 20 Subs 200 Lira und das sind umgerechnet ungefähr 11 Euro. Aber der geile Plot dahinter ist, wenn ich jetzt jemanden 20 Subs gifte, merkt er aber nicht, von wo die kommen. Also er sieht 20 Subs und er denkt so, oh mein Gott, 80 Euro, Big Win. Ich habe Big Win gemacht. Aufgrund dessen dachten wir uns, wäre es ja interessant quasi, wenn wir bei paar großen Streamern, bei paar großen Streamern, die ich kenne, die Stars, Pipapo, auch bei kleinen Streamern, die wir nicht kennen, die auch gar keine zuschauen, so hier und da ein paar Subbombs dalassen. Wir können ja daraus auch vielleicht mehrere Folgen machen, wenn wir das weiterführen wollen oder was weiß ich was. Wenn das in Zukunft nicht jetzt nach der Folge auf einmal bei jedem auffliegt, nicht, dass dann plötzlich alle realisieren und sagen typische Subs und so. Man muss aber auch sagen, damit das jetzt nicht komisch rüberkommt, Friends, natürlich, diese 200 Lira, das ist auch Geld. Also wenn du jetzt jemanden auch 200 Lira gibst und 20 Subs dalässt, ist das auch jetzt nicht so ein Ding, wo du sagen könntest, ey, das ist ja nix, darauf scheiße ich und was weiß ich, was auf Rompilierkisteil ist, was ich meine. Also wir machen das jetzt auch spontan, nur mit den Leuten, die auch gerade live sind. Nächstes Mal, vielleicht können wir das mit anderen Patienten machen. Moment, ich gehe kurz live. Stell dir vor, und du tust so weiter, aber nix, weißt du so, was? Was? Warte mal, sind das deutsche Subs? Und noch eine Sache, du machst es unter deinem Namen. Ich dachte mir aber, bei den kleinen Streamern werde ich es ohne meinen Namen machen, weil, bro, am Ende, ich sage dir echt, diese unangenehme Situation, Junge, die Person kommt und sagt, Abu Dschulu, hä, kannst du Mäus von mir glüßen? Let's go, der Hase. Ich würde sagen, Freunde, wir fangen bei unserem Ehrenbruder Edis den Breiten an. Ein sehr sympathischer Mann, er hostet uns auch sehr, sehr oft auf Twitch, gönnt hart dies, das. Deswegen, das ist so ein Geben und Nehmen. Edis ist auch wirklich so ein spezieller Fall, wala. Obwohl er nicht eine Minute über uns nachdenken müsste, er denkt einfach voll random über uns nach. Das ist ehrlich, ich meine, ob es uns gut geht, ob es uns nicht gut geht, so. Der schreibt einfach, einfach so, er schreibt, sympathischer Mann. Wir kennen den nicht mal so richtig, wisst ihr, ich meine, aber er schreibt uns einfach. Ich muss aber sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, Edis oder Montana Black, Montana Black. Ich sage ehrlich, da kenne ich den nicht mal, den Edis. Du würdest ihm stehen lassen im Hotel. Safe. Ich sage euch selber, ich fahre selber Motorrad, aber so gefährlich nicht, Bruder. Auch sympathischer Sound. Küsst dein Herz, Bruder, Abo-Julo, bester Mann. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Bruder. Küsst dein Herz. Danke für deine 20 geschenkten Abos, Bro. Sympathischer Mann, Friends. Und wie süß der Chat auch so Danke sagt. Ja, ja, wirklich. Ich merke auch bei manchen Leuten, wenn ich so zugucke und chatte und so, die Leute harmonisieren mit mir gar nicht. Und wenn ich halt bei ihm schreibe und so, die Leute gehen auch voll auf mich ein und so, weißt du? Das ist halt richtig süß. Also man fühlt sich wohl auf jeden Fall. Und ich habe eine Sache gemerkt, also ich will jetzt keine Namen nennen, ne? Aber wenn mich so große Streamer hosten, mit gefühlt 2-3.000 Zuschauern. Bro, manchmal niemand bleibt. Niemand bleibt und du kriegst 5 Follower, ne? Aber wenn Edis dich hostet, du kriegst einfach 500-600 neue Follower. Weil es halt ungefähr die gleiche Zuschauerschaft ist. Weißt du, das ist halt das Neiße daran. Das Ding ist auch, wir haben extra für dieses Video, weil wir kein Mischpult oder so haben. Zwei Kopfhörer anzuschließen, so ein Headset geholt, was wir uns teilen, aber bockt sich gerade gar nicht. Das bockt sich gar nicht. Mein Ohr tut auch die ganze Zeit weh. War ein ganz wehrer Hase. Aber auf Ohren schmalt sein Onkel mein Kopfhörer. Zum Glück sind es deine Kopfhörer. Wir machen jetzt weiter mit dem Brie Semi De La Rue TV. Ich weiß auch nicht bei ihm, wie er reagiert. Das Ding ist, ich glaube, er ist so ein dreckiger. Er wird merken, dass das türkisch ist. Ich habe eine ganz komische Beziehung zu diesem Mann. So eine Hassliebe. Hassliebe. Manchmal sind so Leute in meinem Chat, die heißen irgendwas unter sich De La Rue, ne? Und die haben wirklich, keine Ahnung, ob die Chromosomen haben im Kopf oder so. Aber wirklich das Einzige, was die immer spammt ist De La Rue TV, De La Rue TV, De La Rue Army. Das ist so eine kranke Loyalität. Also eine Army hat eine kranke Loyalität. Muss man sagen. Muss man ihn hoch. Sehr, 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 sehr. Dann wird das vielleicht schon. Abu Julo. Masha Allah. Masha Allah. Wo? Diese Lira für mich? Masha Allah, mein Wunderschöner. Ach, mein Lira. Er hat gemerkt, er hat die, natürlich, er ist ein dreckiger Attentiert. Ey, das war krass. Das ist gut, ja. Woher diese Lira für mich? Ich werde deinen Mann schlafen, Leute. Ach, ein bisschen Liebe und Alarm in den Chat für unseren wunderschönen Abu Julo. Ich küsse dein wunderschönes Herz. Man muss aber sagen, er hat krass reagiert, obwohl er weiß, dass das Lira sind. Und sowieso einfach trotz dessen dankbar dafür, heftig. Ich glaube, ihm ist es auch viel wichtiger, dass, also, egal wie er jetzt Geld geil tut, ich glaube, ihm ist es richtig, dass er so Subs hat. Dass er Subs hat. Sub geil, nicht Geld geil. Als nächstes, der Bri, MikiTV und Malik hat schon eine schlimme Vergangenheit. Man muss sagen, soll ich dir die ganze Vergangenheit sagen? Ich sage es aber schnell. Vor einem Jahr, circa, habe ich ja Pokémon Packs aufgemacht, auch beim Twitch-Kanal mit Alim. Er hat Tagastauftakt gehabt bei mir und MikiTV war im Chat. Und er hat 100 Subs bei mir gegiftet. Oh, ha, 100 deutsche Subs. 100 deutsche Subs. Und jetzt pass auf, da habe ich als Gegenleistung 50 deutsche Subs bei mir gegiftet. Woher das Geld? Ja, damals lief gut. Junge, wenn es um uns geht, hast du nie Geld. 1000 Subs by im Durchschnitt. So ein Spass. Aber jetzt pass auf. Ich dachte mir, wieso hat MikiTV damals keine Nachricht hinterlassen? Also, er hat nichts im Chat geschrieben und einfach nur Subs gegiftet. 100 Subs. Und dann, ein Jahr später, ich gucke nach, ne? Man kann ja User-Nachrichten gucken von Streamern. Mach Shakespeare-User, MikiTV. Der, er wurde gebannt an dem Tag. Wieso? Mein Mod hat ihn ausversehen, gebannt, als er 100 Subs gegiftet hat. So ein... Und er konnte nichts schreiben, ist wieder aus meinem Stream raus, hat mich nie wieder geguckt. Boah, das ist echt unangenehm. Schlimmste Experience ever mit MikiTV. Schlimmste Mod-Arbeit auch an der Stelle. Also, falls MikiTV das sieht, es tut mir echt leid vom Herzen. Und letztens, muss man auch sagen, ich habe 20 Subs gegiftet, er ist nicht drauf eingegangen. Bin ich umso gespannter, wie er jetzt reagieren wird. Ich bin sehr gespannt, ja. Und generell, ich hatte mit Miki gar keine richtigen Berührungspunkte bis jetzt. Also, wir folgen uns einfach auf Instagram, aber ansonsten, man hat jetzt nicht so krass viel miteinander zu tun. Ich bin sehr gespannt, ob er überhaupt darauf eingeht. Hey, war's nicht? Bin voll nervös irgendwie. Ach. Er möchte es jetzt eigentlich lesen, er ist nicht so konzentriert, weißt du? Ähm, das hält auch sehr lange. Lafayette? Ich frage mich, aber was die Leute denken, dass ich in allen Streams bin, dass ich ein Subster-Lazarett. Das hat ja gepasst. Der Chat geht aber gar nicht darauf ein, also einer hat sich... Naja, du hast aber noch ein Lazarett gebraucht. Also, der Chat bedankt sich nicht für die Subs. Ich habe kein Lazarett gebraucht, mein Gegner hat ein Lazarett. Das ist ja die heftigste Reaktion ever. Aber jetzt brauche ich Lazarett! Jetzt gleich, vielleicht... Du möchtest es sehen. Vielleicht jetzt. Ich danke dir, André. Viel Spaß mit dem Parfüm. Nein, Miki, wie soll ich dich jetzt verleidigen? Ich frage mich, ob wir jemals so sein werden, wenn wir irgendwie... Also, falls wir irgendwann mal inshallah so viele Zuschauer haben, dass wir so 20 Subs ignorieren. Was ist dein größter Bruch? Also, in welchem Game? Ich weiß, was unser größter Bruch ist. Ich sag dir auch, ganz ehrlich, ich bin gebrochen. Miki, du hast diese Liebe zu sterben. Freunde, aber was ich gerade denke, ist... Er ist vielleicht in so einer Bruch-Challenge, einer auf den... Und hat kurz diese Funktion nicht an und geht später drauf. Nein, der ist unsympathisch. Hey, Rinschallah, Freunde. Nicht vom Negativen ausgehen. Ja, ja. Doppel-Peace. Als nächstes haben wir hier Elias, Eli Geller, der Brie, der durch die Decke geschossen ist in letzter Zeit. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar keine Berührungspunkte mit ihm. Also, wir kennen uns gar nicht, auch nicht auf Instagram oder sonst wo. Ich gucke auch nicht seine Streams, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe vielleicht ein, zweimal irgendwie so Highlights gesehen auf TikTok oder so. Scheint auf jeden Fall sympathisch. Also, er scheint mir jetzt nicht wie so ein Typ, der irgendeine Scheiße bewirbt. Oder, ich glaube auch, so den Kindern auch so schlechte Sachen mal bringt. Das ist auf jeden Fall eine nice Sache. Er hat auch gerade 30.000 Zuschauer. Deswegen bin ich umso gespannter wie Ari, ob er überhaupt reagiert. Als Vergleich jetzt. Ja. Ey, und die einzige Experience, die ich mit einem Eli Geller hatte, war, war vor drei, vier Wochen in seinem Stream drin. Einfach aus Langeweile, weil niemand immer streamt. Ich gucke aber, ich gucke den Typen nicht, ne? Und dann hat er darüber geredet und gesagt, ey, Chat, auch danke, ne? Ich habe letztens in die Analytics geguckt und wir sind einfach Latvia-Streamer. Nicht in Deutschland, sondern weltweit, ne? Das ist schon krank, gell? Geisteskrank. Generell, man muss ehrlich zugeben, wie krank die deutschsprachige Community auf Twitch vertreten ist, das ist krank. Bro, gefüllt in jedem Stream, der halt Englisch ist, findest du auch irgendeinen deutschen Bräder. Oder eine Sister halt. Um die Story aber jetzt zu beenden, ne? Und dann der Chat so, oder? Pascal 2015. Schwöre es dir. Die Typ heißt Pascal 2015. Sie ist als sieben Jahre alt. Ist sieben! Der schreibt rein, so voll auf süß. Für mich bist du Platz 1, Trieber. Du mit Minecraft-Profil. Also deswegen, ich glaube, das sind so süße Butchies. Ja, da sind so süße Butchies. VitaBait hat irgendwie 15 Millionen verkauft oder so. Das ist krass. Genau, fast wie Prime. Ja. Oh, jetzt. Jetzt geht's, ja. Abogolo mit 20 verschenkten Subs. Abogolo! Dankeschön für 20 verschenkte Subs, mein Freund. Das ist sehr, sehr nett von dir. Abogolo! Vielen Dank, vielen Dank für den Support, mein Freund. Das ist sehr nett von dir. Bro, wie sympathisch er reagiert hat. Ehrlich, sympathisch. Man muss zugeben, er hat fast 40.000 Zuschauern, trotz dessen, eigentlich relativ bodenständig zu sehen. Chat auch Ehrlich Sweet am Start. Also, viele haben mich wiedererkannt und so, dies, das. Das war, das war wie immer fresh. War süß, Digga. Ich fühle mich willkommen. Ja. Also, mein Fazit zu den Brees bis jetzt. Muss zugeben, alle haben sehr sympathisch reagiert, sehr bodenständig. Micky, todeskranker Typ. Micky. Keine Reaktion ist auch eine Reaktion. Weißt du, was ich meine? Ey, was auch richtig, richtig krass war, gerade bei Ellie Geller. Bro, ich habe einfach durch die Subs voll viele Follower und so bekommen. Das ist krank. 20 Follower gefühlt. Bro, ich brauch nicht mal 20 Follower am Tag in letzter Zeit. Und ich stream dafür sechs Stunden. Als nächstes würde ich sagen, denken wir auch an die kleinen Brees und Sisters in Twitch. Und wir schließen das Video so quasi ein auf denen ab, indem wir jetzt doch bei zwei kleineren Leuten was Subs da lassen und mal gucken, wie die reagieren. So, denen auch ein bisschen Motivation schenken. Weißt du, was ich meine? Den hier? Bitte drück mal drauf. Ist das ein Süßer? Schreib mal rein, nimm eine Zahl von 1 bis 10 oder so. Mach auf denen, die ich glaube mir, diese Alman fühlen das. No Front. Aber ich wollte eigentlich gar nicht zeigen, dass ich das bin. Ja, aber Bro, der kennt dich die meisten. Der guckt, was ist die HGH? Junk ist dein Lieblingsstreamer. Digga, was für Mucker der hört. Ja, man denkt Discord. Er nimmt 10, er nimmt 10. Er ist dreckig, er weiß. Hä, da war ein Grinch-Drecker. Jo, weiß komm, was willst du von mir? Da hat die auch so, oh je, oh je, was ist das denn jetzt für ein Typ, der hier reingekommen ist? Einer dieser Abos. Geht raus. Geht raus, Bro. Hat mit seinen Augen AfD gewählt gerade. Jetzt als nächstes haben wir am Start YouTube Factory TV. Der ist hier am Durchgrinden, gell? Weißt du was, diese ganzen kleinen Streamer, also ich bin ja schon seit 4 Jahren auf Twitch, ne? Weißt du was, die falsch machen? Was ist das für ein Name, Bro? Aber in den meisten Fällen ist es auch so, dass die im Laufe ihrer YouTube-Karriere dann das ändern. Ändern, ja. Muss man echt zogen. Gib mir eine Zahl von 1 bis 10. Mach einfach. Auf Cringe. Er wird, er wird. Er ist offener Mensch. Abogulo, eine Zahl zwischen 1, 10, 8. 8, okay. Okay, let's go. Telefon, wir machen 88. Ach, so nacht, ich kann auch scheiß drauf. Er wird sich todesfreuen. Mag sein. Er wird gleich PC ausschreiten, gell? Oha, Digga. Moment mal kurz. Junge, was zur Hölle geht denn ab bei dir? Wie süß. Alter, ich danke dir für die Subs. Junge, machst du sowas öfters? Alter, wen hat's denn alles erwischt? Michi, Leon, Manuel, Niklas, Benzo. Klepp an der Stelle. Sehr super. Oha, danke dir für die Subs. Das ist wirklich heftig. Alter. Nimm das auf, nimm das auf. Na, Aufnahme. Danke, danke, danke. Erweint, ich hab da Tränen gesehen. Gib mir Tränen, mein Junge. Tränen, Mann. Muss ich lohnen. Alter. Die 80 Liter hab ich nicht umsonst geblägt. Wieder von irgendjemandem, der noch nie da war vorher? Nein. Ey, so du süß, gell? Schaust du süß. Damit hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Gib ihm so motivierende Worte. Hier, ich hab was. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt zieht er du auch auf Tränen. Naja, du bist echt heftig. Du kommst hier rein, lässt einfach 8er Sub-Bombe da. Das ist wirklich abartig. Junge. Ja, wie reich bist du? Geil, ey. Colaigelsin, was auch immer das bedeutet. Wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Freunde, wir dachten uns, zu Ende hin, könnten wir ja auch noch eine weibliche Person hier in dieses Video mit einbeziehen, weil wir wollen nicht sexistisch wirken. Wir haben das bewusst so gemacht, weil das Beste kommt zum Schluss, ne? Wir haben es nicht vergessen oder so, weil die Frauen sind ja das Beste aus der Planeten. Ich komm auf den Boden der Tatzerhand zurück. Wir fangen jetzt an und wir gucken mal, wie sie reagieren wird. Wir haben auch echt lange gesucht nach dem weiblichen Streamer, der eine Kamera anhat und der nicht über 500.000 Zuschauer hat, weil gefühlt eine weibliche Person... Lifehack. Leider Lifehack. Generell, was für Gesindel da unterwegs sind. Das ist wirklich... Das ist wirklich... Wirklich sad life. Ich weiß nicht, Junge. Ganz armes Deutschland. Wir haben wirklich schlimme Bilder gesehen, als wir gesucht haben. Gott bewahre. Sie sind nicht soooohlt. Von 1 bis 1 Million. Aber sie sind auch 2 Millionen. 1 bis... Was soll ich denn da machen? Nach 15. 15 auf direkt kommen. Oh, hi. Das ist voll die coole Funktion. Das ist süß. Guck, ne Katze grüßt mich, wenn ich im Chat neu bin. Die ist gebrochen. Knapp. Alle? Abugulo, schreib mir meine Zahl von 1 bis 15. Ich nehm... Seitenwechsel. Ich nehm die 9. Okay, okay. Okay, komm. Die sympathische Mitte. Jetzt schreib rein. Okay, gut. Hab noch einen schönen Tag umgehe. Neun ist ne gute Zeit. Neun ist cool. Hast du gut gesagt? Hast du gut gemacht? Die haben nichts gemacht. Mach auf allem, Mann. Gifte 10 und sag ich mag 9 nicht. Mach so. Hahahaha. Halt die Fröße. Jungs, es kommt aber wie ein cringiger Flirt. Stimmt, stimmt, stimmt. Mach mit zweckert mal. Nein. Neun ist nicht so. Wo die Subset kommen, gibt's so viel. Die wird ausrasten. Drei Zuschauer. Ich glaube auch. Ey, und sie hat 104. 50 Follower oder so. Oh mein Gott, guck mich und gib mir einen Headshot. Spielt mit einem Typen, ne? Der Typ fühlt sich jetzt gekränkt in seiner Ehre. Der Typ will den Jelly sein. Ja, jetzt wird er auch giften. Weil ich denk, das ist meine Frau. Danke, AboGhulo. Du hast neun Abos verschenkt an mich. Oh mein Gott, das ist richtig nett. AboGhulo, danke schön. Hat AboGhulo gesagt? Ja, der eine sagt Cousin von Mois. Nein. Cool. Krass. Der Typ denkt sich so. Was macht dieser Typ bei einer Frau? Von der perverse Brüder. Ja, aber der perverse ist fake. Ehrlich, ja? Das ist der echte, Alter. Ich weiß. Schwör mal. Schwör mal. Schwör mal. Der Magic ist auch dabei. Nein. Der Magic ist auch dabei. Der Magic ist auch dabei. Nein. Nein, die verarschst mich. Wie lebt sie sich jetzt? Kennst du nicht so aus? Abo? War der Cringe, gell? Muss gehen, glaube ich. Ich bin schon Cringe gerade. Ich bin echt so dankenehm. Wait. AboGhulo. 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 Fühl mich ein bisschen wie MrBeast, glaube ich. Und ich bin Chandler. Hi. Danke, AboGhulo. So, sagst du, ich krieg ein Follower, ein Account Level. Genau das. So, Ivan. Schreib rein, nur ein Follower. Die Subs musst du mir jetzt endlich drücken. Versteck', vor allen Faarts, die Leute, so. Ich sag, ich hab dir zehn Subs gegeben und du musst mir zehn Deutsch drücken. AboGhulo. Salamu alaikum, wie geht's dir? Alter, ewig nicht mehr gesehen. Einfach schöne Grüße in die Türkei. Er hat sich einfach abgesetzt. Bist du einfach in der Türkei. Ob du noch mal irgendwann zurückkommst, das, mein Lieber, ist die Frage. Meinst du, wir werden uns irgendwann noch mal zusammen sehen? Ah, es ist schon so viel Zeit vergangen. Unglaublich. Bruder, dann kann ja jeder einen Grund suchen, schießen. Wir haben keinen Grund gesucht, wir hatten einen Grund. Bruder Abu Jullo, ich küss dein Herz, mein Bruder. Ich küss dein Herz, mein Bruder. Dass wir nicht so kleine Dinge als Grund nennen. Bruder, was für kleine Dinge? Pizzarei-Staat oder sonst was. Richtig eklig gerade. Also wenn man eine Schwache... In letzter Sekunde musste ich mir dann... Abu Jullo, Abu Abu Jullo. Ach du scheiße. Sammy, mein süßer Brie. Was machst du, Junge? Was zur Hölle? Waller, ein sehr sympathischer Mann. Danke sehr, Bro. Biss dein Kopf. Friends, ein Big W in den Chat an Sammy. Mods, pfempt bitte seinen Link rein. Checkt ihn ab, supportet gerne. Schaut bei ihm vorbei, wer ihn noch nicht kennt. Der Mann ist sehr ernst und unterhaltsam im Twitch-Business unterwegs. Meiner Meinung nach. Also könnt gerne mal abchecken, vorbeischauen, ein bisschen Liebe da lassen. Wirklich. Was? Hey! Hey, Bro, ich küsse dein Herz. Waller, wäre ehrlich nicht nötig gewesen, Bro. Vielen lieben Dank. Wirklich, Sammy. Ey, jetzt fühle ich mich schlecht mit meinen türkischen Lira-Subs. Sammy, ich küsse deinen Kopf. Gute Nacht. Ehrenmann. Dankeschön. Danke sehr. Abu muss ihn jetzt 500 Subs kiften. Wirklich auch gar nicht böse gemeint an der Stelle. Das Video endet gleich, aber bevor es endet, hofft euch nicht dieses Headset. Größte Trash. Wallah, billah, so ein schlechter Komfort. Es sieht einfach... Mein Ohr, es tut einfach weh. Mein Ohr hat noch nie von einem Kopfhörer wehgetan. Ich fand auch immer diese Leute komisch, die ein anderes Polster und so drauf gemacht haben. Weißt du, ich dachte mir immer, hey, was sind die für komische Leute? Ohr ist Ohr, weißt du, was ich meine? Weißt du, was mir weh tut? Meine Gefühle. Ich habe gesehen, dass du so vielen Leuten Subs geben musst. Und ich habe keinen einzigen davon. Soll ich es einfach Masha'Allah sagen, um Schlau zu haben, würde ich sagen, an der Stelle. Gut. Am Ende des Videos war es mir auch sehr, sehr wichtig, euch noch zu sagen, Friends, bitte denkt nicht. Wir haben keinen Respekt vor Geld oder wir schätzen das nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglicht oder uns gibt. Sei es Lira, Dollar, Euro oder sonst was, Friends. Man sollte immer dankbar für das sein, was man hat und was einem gegeben wurde von Gott, weil wir sehen, wie viel Leid es auf dieser Welt gibt, wie viele Leute ohne Essen leben, ohne Dach über dem Kopf und was weiß ich was. Deswegen ist es immer sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, Dankbarkeit zu zeigen, so generell in seinem Leben. Und ich will auf keinen Fall, dass das falsch verstanden wird. Einer auf den, ey, guck mal, voll komisch. Diese Leute haben 40.000, 50.000 Zuschauer und verdienen monatlich was weiß ich was und du gibst denen jetzt noch und top Geld macht ja gar keinen Sinn. So, wir machen das irgendwo für die Unterhaltung. Und man muss auch sagen, Friends, es ist nichts Verwerfliches daran, jetzt eine Person zu unterstützen, die man mag, die man supportet. Und in unserem Falle haben wir es halt getan, weil wir wollten einfach sehen, wie die Leute reagieren, wie die darauf eingehen. Erst recht halt mit dem lustigen Nebeneffekt, dass manche dieser Streamer uns ja auch schon kannten, wie die darauf eingehen. Ich dachte auch, vielleicht ist es für euch interessant, so zu sehen, inwiefern Leute bodenständig sind, welche nicht bodenständig sind. Und was weiß ich was, es wäre eher so ein Social Experiment, könnte man sagen. Also es war jetzt kein Mr. Beast. Aber wenn es für dich so ist, ist auch Lucky Club. Wir haben auf jeden Fall ein paar Leute glücklich gemacht. Ich hoffe, ich konnte dich auch irgendwo glücklich machen, auch wenn meine Lirras nicht bei dir angekommen sind. Hey, Inshallah, irgendwann mal vielleicht. Ansonsten danke dir fürs Zugucken. Vielen Dank für den Support. Vielen Dank für dein Abo, für dein Vertrauen und alles Mögliche, was du mir gibst, an positiven Emotionen und Gedanken und was weiß ich was. Bevor du beendest, darf ich alles zusammen sagen. Apropos Währung, ne? Weil ich weiß nicht, was die wichtigste Währung ist. Liebe von euch zu uns. Wichtige Währung. Okay. Alles andere. Hast du das T-Shirt eigentlich angezogen, damit die Leute sagen, boah, cooles T-Shirt? Ja. Ehrlich, Opfer. Weil du hast dich vor dem Video umgezogen. Ich habe es gewählt. Das ist eigentlich so, vielleicht sogar ein bisschen uncomfortable, das T-Shirt. Das ist schon sehr uncomfortable. Das klebt die ganze Zeit, weil es echt heiß ist. Ansonsten, wie immer gilt, stay fresh, stay halal und assalamu alaikum war rahmatullahi wa barakatuh.